. Es wird viel gewechselt in dieser Sequenz. Zehnder zieht das Ding! Und da spielen sie ihn, den Camper, Saul auf Zehnder. Das zieht sich wirklich komplett durch die Balinger Mannschaft. Dieses Abschlussleiten, keiner hat mehr die Ruhe, keiner hat mehr die Sicherheit, keiner hat mehr das Selbstvertrauen und den Ball. So, Arm ist oben, erstes Zeitspiel droht. Der ist sehr schick, dieser Führungstreffer. Oh, mein lieber Schwan! Was war das denn für ein Tor? Unfassbar! Oh, was für eine Bude von Zehnder! Eisenach nimmt die Punkte mit aus der SAP-Arena! Das war keine Alltagsfliege am 8. Spieltag! Und das macht dann einen klasse Mann aus. So ein Abschluss, vor allem diese Geradlinigkeit, das Ding durchzuziehen. Hinter dem Rücken rein. No exatamente nichts mehr als eine Kamera. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine Córitete. Nu bes então, am ich über einem fingertips,